Hallo, heute erkläre ich euch, wie man das Verb sein verneint. Ich hatte euch ja in dem vorherigen Video schon gesagt, dass es sich gar nicht um ein Verb handelt, sondern um Personalendungen. Und um diese zu verneinen, brauchen wir das Wort DEIL. An das Wort DEIL kommen dann die Personalendungen, die wir ja bereits kennen. Wie zum Beispiel IM, DEILIM, also ich bin nicht oder ich bin kein. Dann brauchen wir noch das zu verneinende Adjektiv oder das zu verneinende Nomen. In unserem Beispiel JENE, NEU. JENE DEILIM, ich bin nicht neu. In der zweiten Person Singular brauchen wir das SIN. JENE DEIL SIN, du bist nicht neu. In der dritten Person Singular fehlt dann eine Personalendung und es heißt dann JENE DEIL. Wie ihr seht, habe ich auf die Personalpronomen verzichtet, wie das im Türkischen üblich ist. Also statt O, JENE DEIL, einfach nur JENE DEIL. In der ersten Person Plural ist es dann das IS. JENE DEILIS, wir sind nicht neu. Und in der zweiten Person Plural ist es das SINNES, JENE DEIL SINNES, ihr seid nicht neu. Und zu guter Letzt in der dritten Person Plural, ONLAR, ist es das LAR oder LER, JENE DEIL LAR, sie sind nicht neu. JENE DEIL LAR ist ein Adjektiv, aber man verneint auch Nomen mit DEIL und die Beispiele folgen jetzt. Baba DEILIM, ich bin kein Vater. Anne DEIL SIN, du bist keine Mutter. Französ DEIL, er, sie, es ist kein Franzose oder er, sie, es ist keine Französin. Wie ihr wisst, gibt es im Türkischen kein grammatisches Geschlecht. Türk DELIS, wir sind keine Türken. Pilot DELSINIS, ihr seid keine Piloten. Und Arkadaş DELAR, sie sind keine Freunde. An diesen Beispielen kann man auch noch eine weitere Besonderheit des Türkischen erklären. Und zwar wird im Türkischen immer nur einmal die Mehrzahl verwendet. Das heißt, wenn zum Beispiel die Personalendung schon auf eine Mehrzahl hinweist, steht das Nomen nicht auch in einer Mehrzahl, sondern in einer Einzahl. Das ist anders als im Deutschen. Im Deutschen verlangt der Plural, zum Beispiel sie, auch die Mehrzahl im Nomen. Freunde, im Türkischen aber genügt es, dass die Mehrzahl einmal vorkommt. DEILAR ist eine Mehrzahl, deswegen steht nur Arkadaş und nicht Arkadaşlar DEILAR. Das wäre eine Doppelung, die unnötig ist. Dies gilt natürlich auch für unsere anderen Beispiele. So steht auch Pilot in der Einzahl, nicht Pilotlar DELSINIS, sondern Pilot DELSINIS. Und auch Türk DELIS und nicht Türklar DELIS. Ich hoffe, das Video hat euch weitergebracht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. marked vom Üben. Ja,